Herzlich Willkommen zu meinem Battlefield 242 wöchentliche Missionen Update. In diesem Video werde ich euch zeigen, was ihr alles für Aufgaben für den Kobalt Beschützer Skin erledigen müsst. Generell würde ich euch empfehlen, dass ihr für diese Woche Falk als Spezialisten ausrüstet und dort erstmal die 800 Gesundheit mit der Pistel hier abarbeitet. Ihr seht es ja hier ganz schön, im Durchbruchsmodus ist es mal wieder einfach verdammt einfach, die Gesundheit mit Falk zu heilen. Des Weiteren müsst ihr insgesamt 30 Kills oder Fahrzeuge in dieser Woche zerstören. Da, ja, werdet ihr einfach früher oder später natürlich die Kills einfach ganz normal haben. Das ist einfach ein Selbstläufer. Und zu guter Letzt müsst ihr noch 20 Ordensbänder erhalten. Das Praktische ist jetzt, wenn ihr ja hier, ich sag jetzt mal die Leute halt, jetzt kann man es ja gerade ganz schön sehen, bekommt man ja auch mit der Zeit dann einfach diese tollen Ordensbänder. Und genau, das macht ihr dann einfach und dann habt ihr den neuen Skin freigeschaltet. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen habt, was diese Woche so ansteht. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!